Hi, ich bin der Christian. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Sönke die Crossfit Box in Dienstland gegründet. Mittlerweile gibt es uns seit drei Jahren und wir konnten einen ganz großen Teil unserer Kunden über Mundpropaganda gewinnen. Auch sehr viele über unsere Homepage, also ganz klassisch über Google. Wir hatten aber bis dato nie wirklich ein System, wie wir an neue Kunden drankommen können. Wir haben die letzten drei Jahre auch ganz klassisches Marketing betrieben, heißt hier und da mal einen lokalen Zeitungsartikel. Wir haben sehr viel über Facebook gepostet, hatten auch mal eine Aktion in der Stadt, wo wir auch Flyer verteilt haben. Nur das war nie wirklich so erfolgreich. Dann kam Sönke irgendwann auf mich zu, hör mal, ich habe hier was gesehen mit Member Boost und guck dir das mal an. Ja, dann sind wir direkt in den Live Call gegangen, haben uns da beraten lassen von Adam und haben gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Jetzt machen wir Member Boost seit drei bis vier Monaten und sind sehr zufrieden, nicht zu 100 Prozent, sondern zu 200 Prozent. Wir hatten vor ein paar Monaten einen Punkt erreicht, wo uns halt mehr Leute abgehauen sind, als dass neue Kunden gegangen sind und haben aber jetzt, sagen wir mal, ein System und einen roten Faden, wie wir an neue Kunden rankommen können. Ja, wie wir an Probetrainings drankommen und bekommen auch super Support von den beiden Jungs, Adam und Tim, wie wir das Ganze dann noch besser gestalten können und sind sehr zufrieden mit der Entscheidung, die wir getroffen haben. Also ich kann es und ich spreche da auch für meinen Kollegen, wir können es uneingeschränkt weiterempfehlen.